Genial, du kannst so gut verdunsten, selbst im Arsch kalte Siberien. Das weiß ja keiner. Meiner nicht in Mitte. Der Blabler, der ist rund. Wer von uns hat den geilsten Babbeln? Aus Edelstahl! Aus Edelstahl, ja ja! Schön zusammengeschweißt! Geschweiße, Edelstahl, Babbeln! Das ist bestimmt von Michael! Michael! Er ist von Berufsschweiße! Und wenn er singt zwei Stunden, dann wird er heiße! Weil er ist ja von Berufsschweiße! Und der Martin, der ist hier in Wurzbach! Juhu! Und hat hier's Wippel-Schee! Habt ihr schon mal den schönen Hund gesehen? Jypsi! Wer erlischt, dreht sich auf die Rücke und zeigt den Bauch! Ihr hat recht, wenn ich das mach, hast du fette Sau! Jypy! Dann willst du endlich mal abnehmen! Ich probier's, ist nur Käse! Und gemies! Das ist so fies! Weil ich viel lieber Currywurst esse! Ich bin Berliner! Oh, keine Bulette! Die Schuhe sind blau! Der hat blaue Schuhe! Genau! Ach, des bist du! Du bist der mit den blauen Schuhen! Deswegen heißt das noch ne Schuhmacher! Bist du eigentlich mit Michael Schuhmacher verheiratet? Nee, glaub ich nicht! Nö! 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 Wann wärmer's knacken! Du! Nö! 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 G4! Nö! 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 Mö! Nö! Nö! Wuuuuh! Me llaman Maluf!